So was geht Dicke sind Dicke Rinas? Wisst ihr was heute ansteht? Ja, wir gehen jetzt erstmal Auto putzen. Let's go. Ist nämlich ein bisschen dreckig über die Woche geworden, war schlechte Wetter. Hi, Sam. Kuckuck, sagst du mal Hallo? Hallo? Ja, wir gehen jetzt mal. Ja, wir gehen jetzt mal. Guter Junge. So habe ich dich erzogen. So, das ist ungefähr zwei Wochen her, wo ich die Aufnahmen gemacht habe, die ihr gerade gesehen habt. Was habe ich da jetzt jetzt gemacht? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mein Auto geputzt. Und heute dachte ich mir, es wird da wieder Zeit weiterzufloggen und ich habe heute nichts zu tun und mein Auto muss geputzt werden. Also gehen wir jetzt einfach mal mein Auto putzen. Nochmal. Der Garten leuchtet tagsüber. Sieht man glaube ich nicht. Ja, du hast mich ausgesperrt, das kriegt mein Staubsauger nicht. Okay, ich mache das jetzt mal zu. Ich werde hier einfach ausgesperrt und komme nicht mehr an mein Staubsauger dran. Katastrophe. So, Tür anlehnen. Wie geht das denn hier? Wie lehnt man denn eine Tür an? So, das nennt man anlehnen. Krass. Witzig. Ich habe jetzt alles gestaubsaugt, außer die Fahrerseite. Die sieht katastrophal aus. Ich habe ab der letzten zwei Wochen keine Zeit gehabt zum Saugen und es war so schlechtes Wetter. Das heißt, man hat so viel Dreck da reingetragen. Aber, das machen wir jetzt fix sauber. Das ist ja zum Glück in die Matte. Und ja, ich habe immer noch keinen ordentlichen Aufsatz dafür. Ich kann da auch nichts für, aber ich kaufe mir noch keinen neuen Staubsauger. Das wird schon. sauber. Ja, aber ich kann hier jetzt nicht einfach nur einen Vlog hochladen und schneiden, der nur ums Auto putzen ging. Wir müssen den Hund noch einmal zeigen. Gib Klicks. Hey Sam, mach dich höher. Mach dich höher. Mach dich höher. Kriege ich Futter? Ja, fast. Ja, danke. Freu dich mal. Freu dich. Freu dich. Ja, ein bisschen freu dich nochmal. Freu dich. Hallo, freu dich. Ja, naja. So ganz noch nicht, ne? So ganz noch nicht. Ja, so ganz noch nicht. Hm. Genießt er? Ui, Memo. Hm. Ja? Das kann ich hochladen, Sam. Bist du einverstanden? Ja.